Ja, servus und herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video auf unserem YouTube-Kanal. Und zwar möchte ich in diesem Video einfach mal ein paar Kleinigkeiten am Haus fertigstellen, die in den letzten Wochen einfach liegen geblieben sind. Und die Nummer 1 hier ist in unserer Einfahrt dieser wunderschöne Gullideckel. Dieser Gullideckel ist bei uns im Endeffekt eine Zisterne, die wir nach unserem Hochwasserproblem hier an eine Drainage angeschlossen haben, beziehungsweise andersrum eine Drainage angeschlossen haben, die hier entlang unserer Stützmauer geht. Diese verläuft dann hier in diesen Zisternen-Betonschacht und deswegen haben wir hier mitten in unserer Einfahrt, aber nicht in dem Bereich, wo die Autos drüber fahren, eben diesen Gullideckel hier. Und der ist, wie ihr sehen könnt, standardmäßig halt einfach ein bisschen rostig und einfach nicht schön. Und um diesen heute mal ein bisschen aufzuhübschen, werde ich das Ganze jetzt mal mit einer Zement- und Bodenfarbe streichen. Dafür haben wir hier einmal einen Tiefgrund, den würde ich sowieso immer empfehlen. Dann haben wir hier einmal diese Zement- und Bodenfarbe im Farbton Hellgrau. Dann ganz normal Pinsel, Klebeband und wichtig ist auch hier eine kleine Schleifmaschine. Ich werde den Untergrund jetzt einmal sauber machen und hier mit dem Staubsauger absaugen, dann schleifen und dann wieder absaugen und danach das Ganze grundieren und im Anschluss dann zweimal mit der Zementfarbe streichen. Die Zementfarbe ist zwar für den Außenbereich geeignet eigentlich, aber nicht für Bereiche, wo stehendes Wasser ist. Aber nachdem wir hier ein Gefälle haben, wird hier kaum stehendes Wasser auf diesem Gullischacht sein. Und deswegen mache ich das jetzt ohne große Bedenken hier drauf. und dann schlafen die Zementfarbe sind. Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt ist hier wirklich alles sauber, auch hier in diesen Grifflöchern. Wunderbar. Ansonsten bin ich jetzt mit dem Schraubendreher hier einmal entlang gegangen, habe wie gesagt diese Fuge hier am Rand einmal komplett von Splitt und Schmutz entfernt, habe den Deckel einmal komplett durchgeschliffen und jetzt im nächsten Schritt werde ich mit einer Grundierung den Deckel einmal sauber einstreichen, einfach damit man einen gleichmäßig saugenden Untergrund hat und die Farbe später ideal hält und das mache ich jetzt mal im nächsten Schritt. So, die Grundierung ist drauf und trocknet auch wie man hier sieht wunderbar schnell weg. Die Grundierung ist getrocknet. Jetzt, bevor wir aber streichen, saugen wir das Ganze noch einmal durch, damit wir auch wirklich keinen Staub oder Schmutz auf der Fläche haben. Die Farbe schütteln wir einmal richtig gut durch, damit sich die Farbpigmente da drin, die sich abgesetzt haben, wieder schön verteilen und mit der Farbe vermischen. Und dieser Farbe kippen wir uns jetzt einfach ein bisschen was in unseren Behälter. Und dann fangen wir eigentlich an, mit dem Pinsel hier außen rum erstmal schön die Ränder einzustreichen und zum Schluss machen wir dann mit der kleinen Malerwalze quasi die Fläche. Hier ist es wirklich wichtig, schön sauber zu arbeiten, damit man sich natürlich das Plaster nicht versaut. Und dann fangen wir an, mit dem Pinsel hier an, mit dem Pinsel hier an. So, und für die Grifflöcher am besten so einen kleinen Pinsel verwenden, den ich von meiner Frau gestohlen habe. Und für die großen Flächen nehmen wir hier einmal so eine Malerwalze, da man da eine schönere Struktur hinbekommt, als wenn man das Ganze mit dem Pinsel macht. Okay. Okay. So, Der erste Anstrich ist fertig, jetzt kurz trocknen lassen und dann gehen wir ein zweites Mal drüber. So, drei Stunden später, der erste Anstrich ist jetzt komplett durchgetrocknet und wir gehen noch ein zweites Mal drüber und dann sollte das passen. Die Farbe hat auch überall gut gedeckt beim ersten Anstrich und alles was nicht gedeckt hat, macht der zweite jetzt weg. Und dann sagen wir, gleich, hier wird die Runde gefeiert. Sollte und das hier ist jetzt das fertige ergebnis von dem gullideckel den ich gestrichen habe ich habe jetzt die ränder wieder mit quatschand aufgefüllt bis hierhin schon mal eingekehrt noch nicht ganz fertig aber ich denke doch dass ich das sehr sehr gut sehen lassen kann im vergleich zu vorher war das ja eigentlich schon ein schandfleck und jetzt durch diese einheitliche farbe passt auch relativ gut zum pflaster ist natürlich schwer die gleiche farbe hier irgendwie rauszufinden gerade der farbton hellgrau ist halt jeder hersteller kann etwas anders machen solange es kein ralton ist und so vom ergebnis bin ich aber sehr zufrieden und ansonsten wenn euch dieses kleine video gefallen hat dann lasst gerne einen daumen nach oben da abonniert den kanal und kommentiert fleißig und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder macht's gut ciao und servus